Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Ghosts Live Commentary auf meinem Kanal Eine rundliche Herrschaft auf Stormfront ist angesagt Hier mit der Remington, ich kann euch ja kurz die Klasse zeigen Magazinerweiterung, Schalldämpfer und ja sonst halt die typischen Soundtour Perks und so weiter So, kurz synchronisieren 3, 2, 1 Und ja, ich dachte mir mal heute ist mal wieder ein Ghosts Live Commentary am Start Beziehungsweise dran Weil in letzter Zeit kam echt richtig viel Black Ops 2 Ich weiß, ihr feiert das sehr, aber Ich wollte eigentlich heute wieder BO2 aufnehmen, aber Irgendwie ist Bodenkrieg ein bisschen unspielbar geworden, weil Es einfach die ganze Zeit 24-7 nur leckt Ich weiß nicht woran das liegt Also an meiner Leitung kann es eigentlich gar nicht liegen Ich weiß nicht, ob das irgendwie die Server sind oder so Ich könnte mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch leckt Würde mich auf jeden Fall mal interessieren Alter, geh ich grad ab What the fuck? So muss das sein, Mann Okay, einer ist hier unten gespawnt Alter, ich liebe es, Ghosts mit einem Gaming Headset zu spielen Viele fragen übrigens immer, was für ein Headset ich habe Ich habe das Turtle Beach PX21 Beziehungsweise hier eine etwas speziellere Version des DPX21 Damit ich auch gleichzeitig Live Commentaries damit machen kann Da ist nur noch so ein Adapter dabei Aber egal, ich muss mich jetzt mal konzentrieren So, Spawns sind geflippt Ich würde mal sagen, ich muss jetzt Oh Gott, ich dachte, er snipet mich Komplett außen rumlaufen Das würde ich euch auf jeden Fall auch immer empfehlen, Leute Weil sonst werdet ihr eh früher oder später gesnipet So Ich hoffe, mich snipet jetzt niemand mit Thermalvisier oder so Okay, der eine nimmt die A-Flagge ein Das gefällt mir nämlich gar nicht, Mann Ich mag es eigentlich eher, wenn die Gegner die A-Flagge haben Okay Am Anfang habe ich übelst schnell die Kills gemacht Und jetzt finde ich niemanden mehr Das ist irgendwie ein bisschen scheiße So Ich glaube, ich zerstöre jetzt erstmal hier die Setcom Zack Oh Gott Alter, habe ich gerade ein Glück gehabt Ich habe veraimt, aber er hat zum Glück auch veraimt, der Gegner Jetzt ist die Frage, ohne Scheiß, wo spawnen die Gegner Wir haben Triple Cap, so früh schon Ah, wir haben auch nur noch vier Gegner, leider Ah, scheiße, Mann So Komm, komm, komm Jetzt hat er schon wieder die C-Flagge gesichert, Mann Was Warum übertreiben die Team jetzt so mit den Flaggen, Alter So, 13-0 habe ich Wenn ich jetzt einen Campstrike mache, ich würde mich so feiern, ne Ich habe seit eineinhalb Wochen so, glaube ich, kein Ghost gespielt Weil irgendwie der ganze Clan auch kein Ghost spielt Oh Gott So, wo spawnen die? Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger spielen, glaube ich Da kommt noch einer hoch, oder? Okay, ich muss mal kurz chillen So, da ist ein Gegner Jetzt hatte ich echt keinen Bock zu sterben, Alter Komm schon, Alter Drückt mir die Daumen, Jungs Ich schwitze jetzt schon, Alter Wahrscheinlich sieht man dann bei der Aufnahme, dass ich übelst Am Konzentrieren bin und auch ein bisschen Angst habe, irgendwie So Oh, ich kriege den einen nicht Nein, Mann Oh, ich laufe lieber hier lang, Leute Jetzt kein Bock Ohne Scheiß Gar keine Bock Gar keine Bock, ey Gar keinen Bock zu sterben, Mann Ich kann schon nicht mehr Deutsch reden jetzt, ey Oh, ich laufe komplett außenrum, Mann Ich spiele jetzt echt auf Nummer sicher, Mann Ey, habe ich gerade einen Sprachfehler, oder was? Egal, Hauptsache ich erreiche einen Campstrike, dann ist alles gut Alles ist gut, solange man einen Campstrike erreicht Wir haben Bravo vor uns 20er Abschussserie, meine Freunde Okay Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Alter Ich laufe jetzt erstmal hier irgendwie hin Ich glaube, ich brauche noch zwei Kills, Jungs Ich bin mir nicht sicher, ob ich Hardliner dabei habe, aber ich hoffe einfach mal Komm schon, Alter Es wird auf jeden Fall ein richtig Fast-Paced-Campstrike So, komm schon, ein Kill noch, glaube ich Wenn ich jetzt sterbe, Alter Bitte nicht, Mann Bitte, lieber Gott Bitte, lieber Gott Ich schwitze, Alter Barca am Schwitzen 2.0 Ey Wo ist der, Mann? Ich sehe nur den gelben Punkt, aber ich traue mich irgendwie nicht, ihn zu challengen Oh Gott Jawohl, Alter Ich habe so ein Glück, Mann, dass er mich nicht gesehen hat So muss das sein, Jungs So, jetzt kann ich echt rein rushen Campstrike habe ich auf jeden Fall So Hey, yo Was geht ab, Leute Und ja, ich hoffe auf jeden Fall Euch hat das Live-Kommentary gefallen Nachdem ich den Campstrike erreicht habe Bin ich sowieso nur noch die ganze Zeit gestorben Deshalb habe ich für euch das Video ein wenig zurechtgeschnitten Und ja, falls es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Und ja, haut rein Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau